Musik 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 Guten Abend, mein Name ist Markus Steiner und wir sind hier im Gopop Interlag Kompersheim, einer von den schönsten Plätzen in der Schweiz im Jahr 1964 mit zwei Jahren 50 Jahre Jubiläum Wunderschöner Platz weil wir eine richtige Parkhandgolf sind Wir haben 1500 Spielball bezogen Die sind direkt am Thunersee Also die, die nach dem Golf oder vor dem Golfenweg das machen dürfen, das ist kein Problem Der Thunersee ist warm, er ist wärmer als der Winzersee und Der Golf Club ist ein traditioneller Club ist ein flacher Club wir können ein bisschen zu hoch spielen, das ist die Grunde dass wir probieren, dass die Leute nicht unbedingt fahren mit den Buggys oder mit den Waggeln wir wollen sie zum Lauf animieren Es ist ein flacher Kurs mit den Bergen und wichtig ist, dass sie dann mal spielen können und schauen wo der ist wenn ihr nicht schon gespielt habt oder wenn ihr schon gespielt habt dann können wir weiter machen mit den Buggys mit den Buggys mit den Buggys haben wir mit den Buggys die Buggys sind die Buggys Vielen Dank.